Liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern im Islam, es ist mir heute eine große Ehre, hier in Österreich einen Vortrag über meine Religion zu halten, über den Islam. Die Religion, die wir Muslime lieben, für die wir Muslime stehen sollen. Die Religion, für die ich mich vor circa sechs Jahren entschieden habe, nach längerer Recherche, nach längerer Wahrheitssuche. Die Religion, die laut Semio P. Huntington, Nicht-Muslim, Kampf der Kulturen, die schnellstwachsende Religion zurzeit ist. Die schnellstwachsende Religion und zur selben Zeit auch die am meisten missverstandene Religion. Unter anderem, weil es viele Muslime gibt, die diese Botschaft nicht verkörpern und die diese Botschaft verraten haben und nicht danach leben. Wenn man zum Beispiel sieht, wie viele Muslime sich nicht islamisch benehmen, das heißt Klauen und so weiter und so fort, dann ist das eine große Schande für den Islam. An dieser Stelle für alle Muslime, die hier sind, schon mal die Botschaft, was ihr wissen müsst. Wenn ihr in einem Land lebt, wie in diesem Land, und man macht eine Sünde, man ist Autohändler und man dreht den Kilometerstand zurück. Ihr müsst wissen, dies ist sowieso bei Gott, beim Allmächtigen Gott eine große Sünde. Aber dadurch, dass man hier noch seine Religion mit in den Verhof bringt, ist es noch heftiger. Und deswegen rufe ich jeden dazu auf, das ist jetzt an die Muslime gerichtet, sich an die Gesetze zu halten, an die man sich zu halten hat. Nicht Klauen, nicht Stehlen, kein Betrug und so weiter und so fort. Das ist eine sehr wichtige Sache. Der zweite Grund, warum es so viele Missverständnisse gibt, ist, da der Islam in den Medien halt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zum neuen Feindbild erkort worden ist. Das hat verschiedene Gründe. Man braucht immer, viele Soziologen sagen, man braucht Feinde, um sich selber zu lieben. Nachdem der Eisernen Vorhang gefallen ist, früher alle Actionfilme, da ging es irgendwie um den Russen. KGB, der Rote Oktober, der Rote Dies, der Rote Das, Krieg und so weiter und so fort. Heute, wenn man die Actionfilme anguckt, geht es immer um den islamischen Terroristen. Wenn ich heute ein Thema, worum sich viele Missverständnisse drehen oder bezüglich dieses Themas gibt es viele Missverständnisse, ist das Thema der Rolle der Frau im Islam, worüber ich heute reden will, was ja auch mit Radikalität in den Köpfen der Menschen zu tun hat. Und da möchte ich erstmal sagen, dass ich hier nicht die Muslime verteidigen will, denn es gibt viele Muslime, die sich schlecht benehmen. Sondern mir geht es um den Islam, um die Botschaft. Es gibt auch viele Christen, die sich nicht nach dem Christentum benehmen. Wenn man zum Beispiel hört, dass ein Pfarrer seine Tochter vergewaltigt, ein evangelischer Pfarrer oder ein katholischer Pfarrer, Priester, je nachdem, irgendetwas gemacht hat, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, dies hat etwas mit Christentum zu tun. Weil wir wissen, was die Botschaft ist und wir können das Auto nicht am Pfarrer messen. Das heißt, das Auto ist vielleicht ein gutes Auto, aber wenn ich ein besoffenes Kind reinsetze, oder einen besoffenen reinsetze oder einen blinden, dann wird er den Wagen vielleicht gegen den Baum fahren. Das heißt nicht, dass der Wagen schlecht gewesen ist, sondern der Fahrer ist schlecht. Von daher müssen wir gucken, wenn wir die Rolle der Frau im Islam beurteilen wollen, dann müssen wir nicht nach dem gehen, was irgendwie in RTL 2 erzählt wird oder bei Pro 7 oder je nachdem, was für einen Fernsehsender es hier in Österreich gibt, sondern wir müssen gucken, was steht im Koran, dem offenbarten, im letzten offenbarten Wort des Allmächlichen Gottes und was steht in der Sunna des Propheten Mohammed S.A.W. Die Sunna ist sozusagen die Lebensweise des Propheten Mohammed S.A.W. auch eine Art göttliche Offenbarung, das heißt, das, was der Prophet S.A.W. gemacht hat, das, was er gesagt hat und dem, wo er zugestimmt hat. Als allererstes von vornherein möchte ich schon mal sagen, für Leute, die mich nicht kennen, damit man schon mal ein bisschen vorbereitet ist, ich bin kein Mensch, der kommt, um zu schmeicheln. Uns ist es sehr, uns ist es daran gelegen, friedlich miteinander zu leben, das ist ganz logisch, weil so wie sich die Beziehungen momentan entwickeln, dann sieht die Tendenz eher dazu aus, dass es dahin geht, dass hier irgendwann die Muslime sich verstecken müssen. Und das sage ich ganz klar, man muss nur in die Internetseiten gehen und sich mal angucken, was dort in Foren geschrieben wird, dann heißt es, wenn heute, der 8. November 1938, zurückgedreht wird, die Reichskristallnacht, und es wird zum Horn geblasen, die Moscheen zu zerstören und die Muslime zu vertreiben, dann glaubt mir. Ich weiß nicht, wie die Lage in Österreich ist, aber da wird in Deutschland nicht nur einer auf die Straße gehen. Deswegen ist es natürlich uns auch daran gelegen, hier friedlich mit den Menschen zu leben. Aber friedlich miteinander zu leben, heißt nicht, zu schmeicheln und heißt nicht, zu sagen, ach ja, das ist alles schön, was immer, das ist alles schön, sondern ein Dialog, den man führen will, und das ist leider ein Missverständnis vom Dialog, ein Dialog, ein wahrer Dialog, kann nur entstehen, wenn sich beide Seiten als gleichberechtigte Gesprächspartner ansehen und wenn nicht irgendeiner davon das Monopol zur Kritik hat. Weil mittlerweile ist es leider so, dass es so aussieht, als wenn halt die nichtmuslimische Seite das Monopol zur Kritik hat und die muslimische Seite nur mit dem Kopf nicken muss. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin auch Muslim, tut mir leid, ja, wir sehen das so. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich Vorträge in Deutschland mache und dann eine Woche später so lange gesucht wird, bis man mich versucht, mit der Anti-Israel-Szene in Kontakt zu bringen, dann sehe ich, dass das eine Hetzkampagne ist. Also wenn ich mit der Anti-Israel-Szene in Verbindung gebracht werden kann, dann kann man jeden, der hier im Raum sitzt, mit der Anti-Israel-Szene in Kontakt bringen. Aber das ist das, wie man versucht, jemanden, der für diese Religion aufruft, zu verunglimpfen. Wenn man sieht, dass ich sage in einem Vortrag, in einem Vortrag, dass ich sage, ein guter Beruf für Frauen ist, dass sie eine Lehre machen wie Erzieherin und dann kommt danach in der Zeitung, steht danach, Islamist beleidigt Frauen, dann sieht man, mit was für Lügenbaronen man es hier zu tun hat. Wenn ich in einem Vortrag gegen Terrorismus rede, gegen Verstümmelung der Geschlechtsteile der Frau, gegen Zwangsheirat, und was war noch da gewesen? Genau, gegen Terrorismus, gegen Zwangsheirat, gegen Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsteile und danach kommt ein Bericht in der Zeitung, wo davon kein einziges Wort erwähnt wird, wo nur versucht wird, diesen Menschen ein schlechtes Licht zu stellen. Deswegen, jeder soll versuchen, wirklich ehrlich zu sich selber zu sein und richtig zuzuhören. Wie gesagt, es wird heute sicherlich von meiner Seite Kritik geben. Wir Muslime sind für Kritik offen. Wir sind nicht für Beleidigungen offen, wir sind für Kritik offen. Warum? Weil Allah sagt im Koran, in Suche 4, Vers 82, haben Sie den Koran nicht betrachtet? Und wäre er von einem anderen als von dem Allmächtigen Gott, würden Sie dort viele Widersprüche finden. Das heißt, der Allmächtige Gott ruft dazu auf, bitte schön, schau nach Widersprüchen. In Suche 16, Vers 125 ruft der Allmächtige Gott dazu auf, wie wir uns mit den Menschen verhalten sollen. Er sagt, Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und diskutiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Das heißt, wir sind offen. Aber man muss diskutieren und nicht beleidigen. Zum Beispiel, wenn irgendeine Karikatur irgendwo gemalt wird, das ist für uns keine Diskussion, das ist für uns einfach lächerlich. Wir meinen auch keine, auch wenn wir der Meinung sind, dass Buddhismus verkehrt ist, machen wir keine Karikatur vom Buddha. Wir können mit jemandem darüber diskutieren, ist dieses Glaubenssystem korrekt? Ist diese Religion korrekt? Man kann mit mir diskutieren, ist diese Religion korrekt? Das ist kein Problem. Das ist das, wozu Allah uns aufruft hat. Man braucht nicht, irgendwie mit irgendwelchen Verunglimpfungen zu kommen. Wie gesagt, es wird sicherlich heute einige Sachen, einige Sachen werden einigen Leuten nicht schmecken, aber man soll sich wirklich umschauen und seine Lage beobachten. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich komme aus Deutschland. Österreich in Deutschland ist für mich eigentlich fast dasselbe so. Aber es kann sein, dass es einige Unterschiede gibt. Auf jeden Fall. Als allererstes, wenn wir über das Thema reden, müssen wir erstmal, um das richtige Verständnis zu kriegen, von der Lage der Frau im Islam, müssen wir erstmal einen Perspektivenwechsel machen. Wenn wir hier im Raum sitzen und wir schauen aus dem Fenster, dann sieht jeder von uns etwas anderes. Der eine sieht die Fenster, der andere sieht die Blume, der andere sieht den Boden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich wissen will, wie die Lage der islamischen Frau ist, was muss ich dann machen? Dann muss ich mich in die Lage der islamischen Frau versetzen. Ansonsten kann ich das niemals abschätzen. Beispiel, weil verschiedene Dinge haben für verschiedene Personen unterschiedlich wahrgenommen. Beispielsweise Regen. Zum Beispiel in Deutschland. Ich habe früher Essen auf Regen gemacht. Deutsch-Rote Kreuz. Den älteren Herrschaften ihre Speise gebracht. Und dann kommst du zu vielen Leuten und die sagen zu dir, ach, was haben sie heute wieder ein schlechtes Wetter mitgebracht. Es ist am Regnen. Ach, das Wetter ist ja heute wieder so schlecht. Ach, was ist das heute für ein Sauwetter? Es regnet ja. Das war Regen. Gehst du in die Wüste, Gobi irgendwo, oder in irgendeine Wüste, wo die Menschen das Ganze hier auf den Regen warten, um ihren Ackerbau danach in Lauf zu bekommen, um Wasser zu haben. Dort werden die Menschen beim Regen auf die Straße laufen und tanzen. Das heißt, es sind zwei verschiedene Wahrnehmungen für dieselbe Sache. Und so kann man tausende Beispiele bringen. Was ist das Problem? Wir müssen als erstes das Ziel betrachten, das Ziel, das Ziel der islamischen Frau und das Ziel, die Ideologie der westlichen Frau. Wenn ich sage westliche Frau, möchte ich betonen, dass damit nicht das Christentum gemeint ist. Denn meiner Meinung nach ist die sogenannte westliche zivilisierte Welt Lichtjahre entfernt von der Botschaft, die durch die Bibel vermittelt wird. Ja, man muss also, ich werde auch noch auf die Bibel zu sprechen kommen, aber wenn ich von westlicher Gesellschaft rede, nicht, dass das nachher jemand verwechselt, weil da könnte Kritik kommen, ich meine damit auf keinen Fall die christliche Botschaft. Wenn ich Christentum meine oder von der Bibel rede, dann werde ich das genau erwähnen. Heutzutage das Ziel von der Frau, also wenn man eine Sache, etwas als positiv ansieht, die Lage einer Person als positiv ansieht, dann heißt das hier im Westen und es ist so eine logische, eine logische, eine logische Schlussfolgerung, dass der Weg, die Lage dieser Person, dieser Person hilft, ihr Ziel bestmöglich zu erreichen. Deswegen schauen wir, was ist das Ziel der Frau im Westen? Oder überhaupt von, nicht nur von der Frau, sondern allgemein. Das Ziel hier ist ganz deutlich, Geld, Freizeit, Ruhm, Gelüste, materieller Gewinn. Natürlich, ich sage, das sagt man, ach der mit dem langen Bart da vorne, Extremist, Radikalist, man soll ehrlich zu sich selber sein. Wenn ich jemanden frage, mach Geld nicht glücklich, wird jeder sagen nein. Aber es ist eine Tatsache, dass man in diesem materiellen Strom mitschwimmt und gar nicht weiß, wie man rauskommt und es im Unterbewusstsein festgesetzt ist. Da kann mir jeder erzählen, was du willst. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Man braucht nur in die Schule zu gehen. Frag mal nach den Vorbildern der Kinder. Frag doch mal. Wer sind deine Vorbilder? Jesus Christus? Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Maria? Maria, die Mutter von Jesus. Wer sind die Vorbilder? Frag doch mal. Mutter Teresa? Wer sind die Vorbilder von den Kindern? Frag mal. Whitney Spears, Whitney Houston, Mariah Carey. Von den Frauen. Aber, jetzt vielleicht nicht mehr, weil wir haben schon gesehen, Whitney Houston, die ist jetzt heroinabhängig, Mariah Carey hat schon einen Selbstmordversuch hinter sich und Britney Spears ist jetzt total durcheinander. Aber das sind die Vorbilder gewesen. Man sieht als allererstes, dass dieser Weg, den man anstrebt, wo der hinführt. Ist es das, was einen glücklich macht? Ist es das, was diesen Weg glücklich macht? Ist es, wenn du den Weg der Unzucht gehst, der Weg des Menschenverführens gehst, ist das der Weg, der dich glücklich macht? Nein. Weil das Glücklichsein eines Menschen ist nicht, wie viele Leute denken, am Kontostand messbar und ist nicht daran messbar, wie oft du um Jahr in den Urlaub fährst, nach Mallorca oder so. So, das ist etwas, was Gott dir gibt, der allmächliche Gott. Und das ist auch, was Allah sagt in Suche 16, Vers 97. Wer Gutes tut und gläubig dabei ist, sei es Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und dieses gute Leben kann für dich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht gut aussehen. Warum? Was ist hier das Ziel? So, das ist das Ziel als allererstes. Das sehen wir überall. Du fragst irgendjemand oder du fragst einen Jungen, wer ist dein Vorbild? Fußballspieler, Tony Polster oder so, ich meine, der ist ja jetzt schon zurückgetreten. Den kannte übrigens meine Mutter persönlich, weil er ist immer zu uns ins Restaurant gekommen. Den kennen ja bestimmt viele hier aus Österreich. Auf jeden Fall Fußballspieler, Tennisspieler, Rockstar und so weiter und so fort. Ist das schlecht? Sagen wir jetzt, du sollst kein Fußballspieler werden, sagen wir, es ist verboten? Nein. Was wir nur sagen wollen, ist damit, dass dies das Ziel ist. Auch wenn es vielleicht einigen Leuten nicht bewusst ist. Deswegen schaut derjenige zur Muslimin. Er schaut sich das an. Die Muslimin, sie soll ohne, ich rede von der westlichen Welt, sie soll ohne Geschlechtsverkehr, den sie vorher hatte, uneheliche Geschlechtsverkehr, in die Ehe gehen. das ist ja voll das grausame Leben. Sie soll nicht in die Disco gehen. Sie soll nicht dies machen und das machen und das machen und das machen. Sie soll sich nicht aufreizend anziehen. Das ist ja schlimm. Ja, warum? Warum ist das schlimm für dich? Weil für dich, dass dein ganzes Leben sich um diese Sachen dreht. Übrigens ist das auch für Christen natürlich nicht erlaubt. Unehelicher Geschlechtsverkehr, wollte ich nur betonen, weil ich rede von der westlichen Welt. Und natürlich, auch für muslimische Männer gilt natürlich dasselbe, weil manche Leute denken, für muslimische Männer würde das nicht gelten. Das gilt auch für sie. Da denkt der, die Frau muss ja unglücklich sein. Die läuft im Hijab rum. Ich bin so glücklich, wenn ich rausgehe mit dem Minirock und man schaut mich schön an. Da bin ich so glücklich. Wie kann diese Frau glücklich sein, wenn sie so lebt? Aber man muss eins feststellen, die Ziele sind unterschiedlich. Weil das Ziel der muslimischen Frau, ich rede von der muslimischen Frau, die die Religion verstanden hat, die eine Verbindung hat zu ihrem Gott, die diese Religion bewusst lebt, ist was? Ist ihr allmächtiger Schöpfer, dem sie dienen will? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Such 51, 56, Ich habe die Menschen und die Geisterwesen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und was ist dein, was ist die Frucht davon, wenn du so lebst? Weil der Al-Maschi Gott hat den Koran nicht herabgesandt, damit wir elendig sind. Das sagt Allah im Koran. Ich habe den Koran nicht herabgesandt, damit ihr elend seid, elendig lebt. Das Ziel ist als allererstes, wir sagen, alles, was verboten worden ist von Gott, wir vertrauen auf Gott, ist gut für uns, wenn wir davon wegbleiben. Wir vertrauen auf ihn. Und alles, was er geboten hat, ist gut, wenn wir das machen, ob wir das verstehen oder nicht. Weil manche Dinge sind vielleicht für uns offensichtlich, dass sie gut sind, wenn wir uns davon fernhalten, wenn wir es nicht machen. Zum Beispiel wird jeder sagen, ist es gut, Gewalt anzuwenden? Der Prophet Zasem sagt, le darara wa le dira, schadet euch nicht selber und schadet keinem anderen. Wird jeder sagen, ja, das ist eine logische Sache. Das kann ich gut verstehen. Aber andere Dinge kann man vielleicht nicht so leicht verstehen. Heißt das, dass die jetzt keinen Nutzen für uns haben? Doch. Weil es gibt viele Dinge, die wir hier in diesem Leben nicht verstehen, die für uns einen Nutzen haben. Zum Beispiel, dass du krank wirst. Hat für dich vielleicht einen Nutzen, eine Weisheit vom Allmächtigen Gott. Denn dadurch, dass du krank geworden bist, hast du Antikörper aufgebaut für die Krankheit, die vielleicht nachher kommen würde. oder ein kleines Kind geht mit dem Vater zum Arzt, soll eine Impfung bekommen. Das kleine Kind sieht die Spritze und will die Impfung nicht haben. Warum? Das piekt doch. Das kleine Kind sieht den Nutzen nicht von der Spritze. Aber du als Vater, du weißt, dass diese Spritze gut für das Kind ist. Und du wirst das Kind dazu bringen, diese Spritze zu bekommen, weil es einen Nutzen hat. Und genauso, der Allmächtige Gott ist unendlich weiser als wir. Und er weiß, was gut für uns ist. Das ist erstmal der Glaube eines Muslims. Das ist erstmal der Glaube eines Muslims. dann glauben wir auch ganz deutlich, sagt Allah, sagt in Surah 67, Vers 14, Weiß derjenige, der erschaffen hat, weiß der nicht. Und er ist der Milde, der, der von allem unterrichtet ist. Er weiß, was gut für dich ist. So. Und deswegen erreicht die Muslimin ihr Ziel. Wie findet die Muslimin ihr Ziel? Durch das detaillierte Programm, wie man ins Paradies kommt. Und das detaillierte Programm, wie man ins Paradies kommt, ist der Islam. Das ist der islamische Glaube. Von daher braucht man dann nachher nicht mehr zu fragen, ja gefällt dir das oder gefällt dir das nicht. Derjenige, der dieses Ziel haben will, dem wird es gefallen. Du hast vielleicht einen Leistungssportler, der trainiert zweimal am Tag. Marathonläufer. Der läuft jeden Tag zehn Kilometer. Der macht das mit Genuss, weil der liebt diese Arbeit. Du erzählst das irgendeinem, der mit seinem, der seinen Bierbauch hat und vor dem Fernseher sitzt und die Chipstüte in der anderen Hand. Fazit! Was? Zehn und zehn Kilometer am Tag laufen? Boah! Ich bin doch nicht irre. Warum? Weil er hat ein ganz anderes Ziel. Deswegen kannst du nicht sagen, ach ja, mir würde es schwer fallen, ein Kopftuch zu tragen oder mir würde es schwer fallen, fünfmal am Tag zu beten oder mir würde das und das und das und das schwer fallen. Also kann diese Frau ja nicht glücklich sein. Es gibt Leute, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio und sie pumpen. Ist das anstrengend? 120 Kilo Banktronen. Ist doch schwer! Oder das ist doch langweilig. Aber diesem Mensch macht das Spaß. Warum? Weil der hat ein Ziel. Dem sein Ziel ist, im Sommer in den Schwimmbad zu gehen und gut auszusehen. Deswegen macht ihm das Spaß. So. Und übrigens, was ich so beeindruckend finde, dann kommen Leute, dann kommt die westliche Welt jetzt und die will dieser Frau ein anderes Ziel geben. Die sagt ja, guck mal, so wie du lebst, ist es verkehrt, ja, erst mal, du musst auch so leben wie wir. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Lass das alles ein bisschen liegen, ein bisschen Disco, ein bisschen dies, ein bisschen das. Das ist sehr gut. Und subhanallah, die meisten, die diesen Weg einschauen, das sind irgendwelche Emanzen, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Glaub es mir. Beobachte, beobachte die Bücher, die über Islam geschrieben werden und schau dir die Personen an, die da schreiben. Immer ein Bild hinten drauf, auf fast immer, 99 Prozent, immer ein Bild hinten drauf. das Geltungsbedürfnis. Und dann, wenn du die Familienverhältnisse von dieser Frau anguckst, die hat selber mehr Probleme als alle muslimischen Frauen zusammen. Subhanallah. Das heißt, die soll erst mal sich selber retten und nicht versuchen, ein Wesen zu retten, das gar nicht gerettet werden will. Und das ist die, das ist die islamische Frau. So. Das als allererstes, und dann sieht man ja auch das Ergebnis, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns anschauen, in Deutschland, alle, und ich werde das nochmal wiederholen, damit es auch hängen bleibt, in Deutschland gibt es alle 47 Minuten einen Selbstmord. Alle 47 Minuten einen Selbstmord. Wer sind die meisten, die Selbstmord machen? Männer. Aber auf jeden Selbstmord von einer jüngsten Frau, warum sind das Männer? Weil die Frauen es meistens nicht schaffen, sich selber umzubringen. Aber auf jede junge Frau in Deutschland, die einen Selbstmord gemacht hat, kommen 40 Selbstmordversuche von einer jungen Frau. Und in welchen Ländern, Quiz, ist die Selbstmordrate am geringsten? In den islamischen Ländern. In den USA, wie viele Leute haben dort Depressionen? 20 Millionen. In Deutschland, 4 Millionen. Heißt das, die Menschen sind glücklich? Heißt das, Disco und so weiter, hat sie glücklich gemacht? Wahrscheinlich nicht. So. Und wie gesagt, das ist alles auch viel Kritik. Ich habe schon gesagt, Kritik scheint irgendwie manchmal verboten zu sein. Und dann der nächste Punkt, den man ansprechen muss, das war die erste, die erste Wahrnehmung. Das erste Wahrnehmung, oder sagen wir, das erste, der erste Perspektivenwechsel, die Perspektive des Ziels. Das Ziel der Muslimen ist das Paradies. Sie glauben, dass der Weg ins Paradies der Islam ist. Das Ziel der Nicht-Muslimen ist genau Ruhm, Reichtum, Macht, Gelüste und so weiter und so fort. Oder sagen wir nicht unbedingt der Nicht-Muslimen, sondern der typischen westlichen Frau. Ich glaube, eine Nonne hat auch ein anderes Ziel. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Perspektivenwechsel. Der nächste Perspektivenwechsel ist sehr eng verbunden mit dem ersten Perspektivenwechsel. Das ist die Wahrnehmung. Das ist die Wahrnehmung. Ich habe eben schon gesagt, man nimmt eine Sache unterschiedlich wahr, wie mit dem Regen. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, eine Lehrerin. Traut, dass so ein Wort aus dem Mund einer Lehrerin kommt. 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Ein Kind. Seit 10 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Ich meinte zu ihr, warum heiratet sie ihren Freund nicht? Dann meinte sie zu mir, ja vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir besser gefällt. Maschallah. Jetzt. Jetzt. Habe ich zu ihr geredet? Die optimale Frau. ist eine Frau, die 5 bis 10 Kinder haben will und so weiter. Für mich. Dann meinte sie zu mir, dann muss man eine Frau haben, die keinen Grips im Kopf hat. Weil eine Frau, die Grips im Kopf hat, die will sich selber verwirklichen. Maschallah. Du hast dich selber verwirklicht. Seit 10 Jahren mit deinem Freund zusammen noch nicht verheiratet. Und ein Kind. Vielleicht findest du noch was Besseres. Was heißt Selbstverwirklichung? Hat man schon mal darüber nachgedacht, hast du vielleicht die Selbstverwirklichung der Frau? Der islamische Frau ist, Kinder zu bekommen, die groß aufwachsen zu sehen. Was gibt es Schöneres? Ich frage hier jemanden, der ein Kind hat. Was gibt es Schöneres, als zu sehen, wie seine Kinder aufwachsen? Was gibt es Schöneres, als zu Hause dieser Zusammenhalt, diese Familie und so weiter? Gibt es etwas Schöneres? Also auf jeden Fall ist es eine der schönsten Dinge für denjenigen, der Kinder hat, der wird mir sicherlich zustimmen. Das heißt, hast du schon mal darüber nachgedacht? Und jetzt kommt das große Problem, was wir bei vielen Leuten sehen, aus der westlichen Perspektive, es ist so, dass jetzt die optimale Frau diejenige ist, die arbeiten geht und Karriere macht und was zu sagen hat und man versucht, eine Konkurrenz zwischen den Geschlechtern aufzubauen, schafft die Frau dasselbe wie der Mann. Aber das gibt es gar nicht im Islam. Wisst ihr, wo das schon anfängt? Das fängt schon im Kindergarten an. Jungs gegen Mädchen. Wir spielen heute das Spiel Jungs gegen Mädchen. Das hat bestimmt schon jeder hier gesehen. Jungs gegen Mädchen. Das gibt es im Islam gar nicht. Das heißt, diese Frau nimmt diese Frau wahr und sagt, guck mal, die ist ja Hausmütter schön, die sitzt nur zu Hause, dann ist die ja nichts wert. Warum? Weil sie in ihren Augen nichts wert ist. Aber die Frau hat vom Islam, kriegt von den muslimischen ein ganz anderes Feedback. Was für ein Feedback? Der Prophet Mohammed es kommt ein Mann zu ihm, er sagt, wer von den Menschen ist es am meisten wert, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldig bin, ihm Liebe und Ehre zeige. Wer? Was sagt er? Ummuk, deine Mutter. Dann sagt der Mann und wer dann? Dann sagt er, Ummuk, deine Mutter. Dann sagt er, und wer dann? Ummuk, deine Mutter. Und dann sagt er, wer dann? Dann sagt dein Vater. Das heißt, guck diese Ehre, wo kriegt die Frau diese Ehre? Das heißt, die Frau kriegt in der Gesellschaft die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille. Und der Vater kriegt den vierten Platz, kriegt er, wie bei Olympiade, der nichts mehr wert ist. Das ist erstmal das, was man verstehen muss. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja guck mal, ich sehe das als etwas Schlechtes an, dann sehen die Leute auch etwas als schlechter. Jetzt zu einigen Punkten, in den historischen Kontext reingebracht, als allererstes mal die Rechte der Frau im Islam. Da wollte ich das mal vergleichen mit den Rechten der Frau in den vorherigen Gesellschaften. Das mache ich nicht, das mache ich nicht, um zu zeigen, das mache ich nicht, um zu zeigen, ach ja, guck mal, vorher war es noch viel schlechter, dann hat der Islam ja einige Verbesserungen gebracht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man ein tiefgründiges Verständnis bekommt. Erstmal in der alten arabischen Welt, wenn der Mann gestorben ist, die Frau wurde weiter vererbt. Der Islam hat es abgeschafft. In der arabischen Welt vor dem Islam gab es für die Frau, wenn der Mann sie geschieden hat, ein Verbot, dass sie danach heiraten darf. Der Islam sagt, das ist Wulm, ist eine Ungerechtigkeit. Und was hat der Prophet zur Ungerechtigkeit? Hütet euch, hütet euch vor der Ungerechtigkeit, denn die Ungerechtigkeit wird zu Finsternissen, nicht zu einer Finsternis, zu Finsternissen führen am jüngsten Tag. Das ist eine Ungerechtigkeit laut Islam. Dann, sie hatte keine Auswahl bei der Partnerwahl. Ich wollte da nachher auch nochmal drauf kommen, Zwangsheirat. Islam ist die einzige Religion, die einen speziellen Text hat, der die Zwangsheirat verbietet. Der Prophet, so aus dem Sagen, wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann darf er das nicht machen, wenn sie dagegen ist, sinngemäß. Gibt es Zwangsheirat unter den Muslimen? Ja, gibt es. Ist es vom Islam? Nein. Gibt es Zwangsheirat unter den Christen? Gibt es auch. Fahren wir nach Sizilien und so weiter. Gibt es auch. Ist es vom Christentum? Ich denke nicht. So, nächster Punkt. Dann, in der vorislamischen Welt konnte der Mann so viele Frauen halten, wie er wollte. Der Islam hat diese Sache beschränkt. Dann, man sah die Geburt von einer Frau als böses Omen an. Der Islam sagt, dass das totaler Quatsch ist. Dann, sie durfte verschiedene Speisen nicht essen. Der Islam sagt, dass das totaler Quatsch ist. Dann, weibliche Babys wurden lebendig verbüttelt und der Islam verurteilt dies aufs Schärfste. Dann, indische Gesellschaft. Frauen wurden beim Glücksspiel verloren. Islam sagt, Glücksspiel ist verboten. Übrigens, Glücksspiel, sagt der Islam, dass es ein Werk des Teufels ist. Und du siehst, wie viel Gewalt heute durch Glücksspiel und Alkohol hervorgerufen werden. Die meisten Gewalttaten in der Familie, ja, und das ist auch hier in Österreich so, durch Alkoholkonsum in der Familie. Natürlich, einige Leute werden sagen, ja, okay, ich trinke nur ein bisschen, ein bisschen Alkohol, jeden Tag ein Glas Wein, ist doch kein Problem. Aber, jeder, der Alkoholiker geworden ist, hat auch damit angefangen. Und jeder, der seine Frau im besoffenen Kopf umgebracht hat, hat das auch gesagt. Und jeder, der nach der Disco gegen den Baum gefahren ist und danach querschnittsgelähmt ist, der hat das auch gesagt. Was sagt der Islam? Ja, ey, weil levin, amen, la tatabiyo khutuwa te shaitan. Oh, ihr, die ihr glaubt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er sagt nicht, folge nicht dem Satan, er sagt, folge nicht den Fußstapfen. Denn wenn du ein bisschen folgst, vielleicht fällst du nachher rein. Und so wird man geschützt. Er zeigt dir den Weg, wie du dich davon schützt. Wie gesagt, beim Glücksspiel wurden sie verloren. In Indien, Islam ist Glücksspiel von vornherein verloren. Dann nach dem Tod ihres Mannes wurde sie mit auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Also sie ist gestorben, da wurde die Frau mit verbrannt. Da brauchen wir natürlich gar nicht drüber zu diskutieren. In einigen Gebieten wurden Frauen den Götzen als Opfer geopfert. Wunderbar. Im Islam gibt es keine Götzen, Alhamdulillah. Dann, chinesische Gesellschaft. In bestimmten Fällen hatten Männer das Recht, ihre Frau zu töten. Die Frau hatte kein Erbrecht. Der Mann hatte im Islam nicht das Recht, seine Frau zu töten und die Frau hatte ein Erbrecht. Griechenland, die Frau hat kein Recht auf Bildung. Islam gibt der Frau Recht auf Bildung. Der Prophet sagt, die Wissenssuche ist Pflicht für jeden Muslim. Und da kommen wir nachher noch drauf. In Schala, ich werde nachher noch einige Sachen etwas detaillierter dann behandeln. Dann, kein Erbrecht, im Islam gibt der Frau Erbrecht. Dann, kein Besitzrecht, der Islam gibt der Frau Besitzrecht. Dann, kein Scheidungsrecht. Und übrigens, in der westlichen Welt wurde der Frau Besitzrecht gegeben im 19. Jahrhundert. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Dann, kein Scheidungsrecht. Im Islam gibt es Methoden für die Frau, sich scheiden zu lassen. Dann, sechstens, Gustave Le Bon sagt, im Allgemeinen betrachteten die, das ist ein französischer Denker, im Allgemeinen betrachteten die Griechen die Frauen als das niedrigste Geschöpf. Das dazu in dem historischen Kontext. Jetzt werde ich zu einigen Vorurteilen kommen, zu einigen Vorurteilen kommen und da werde ich auch sehr viel mit der Bibel vergleichen, was die Bibel sagt zu der Frau im Islam. Warum mache ich das? Weil ich denke, die meisten hier Christen sind, da will ich denen auch helfen, ein bisschen ihre eigene Schrift zu kennen und dass ich halt meistens sehe, dass immer so kritisiert wird, guck mal, Islam kann nicht richtig sein, weil die Schwester erbt die Hälfte vom Bruder. Deswegen wollen wir das mal vergleichen. Ich denke, das bringt dann auch ein tieferes Verständnis. Als allererstes, wenn ich Bibelvergleiche bringe, wir Muslime glauben, dass der Allmächtige Gott zu jeder Zeit an jeden Ort oder an jedes Volk Gesandte geschickt hat. Der Allmächtige Gott sagt in Sura 16, Vers 36, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِنَا رَسُولَنَ عَنْ يُبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ تَهُوتَ Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, was lehren? Dass sie den Menschen lehren, dient den einen wahren Gott alleine, der Schöpfer, Herrscher, Lenker des gesamten Universums mit seinen vollkommenen Eigenschaften allwissend, allmächtig und dienten niemand anderen neben ihm. Deswegen die Grundbotschaft aller Propheten, die vom Allmächtigen Gott gekommen sind, ist die Anbetung des Schöpfers unter Ausschluss der Anbetung der Schöpfung. Das heißt, wir Muslime sind keine Mohammedaner, denn Mohammedaner würde bedeuten, dass wir Mohammed anbeten. Wer Mohammed anbetet, geht laut islamischer Lehrer für alle Ewigkeit in die Hölle. Für alle Ewigkeit. Weil es es nur erlaubt, den Allmächtigen Gott anzubeten. Auch wenn wir denken, dass er zu den Großen oder der Größte Mensch überhaupt war, der Größte der Propheten oder einer der Größten Propheten. So, dann. Wenn ich die bringe, wir glauben dann zum Beispiel nicht, wie man sieht, dass also die Propheten nur in einem bestimmten Ort kamen, unten, Mesopotamien, Israel, Ägypten, sondern dass überall auf der Welt Gesandte ein Mäschchen Gottes waren, die diese Botschaft gebracht haben. Und wenn wir heute Religionen betrachten, sehen wir auch, dass man überall, fast in jeder Religion, noch einen Teil findet davon. Aber mit der Zeit haben die Menschen diese Botschaft verändert. Und normalerweise müsste das eigentlich den Christen auch sehr geläufig sein, wenn sie die 10 Gebote kennen. Exodus 20, Vers 2 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde unter dem Wasser. Du sollst dir nicht dienen und du sollst dir nicht anbeten. Welche Botschaft ist das? Das ist die Botschaft des Islam. Gottergebung. Diene Gott alleine. Mach dir kein Bildnis von irgendeiner Götze, von irgendeinem Heiligen, von irgendetwas. Diene Gott alleine. Dann gucken wir ans allererstes. Jetzt glauben wir aber, dass die Bibel auch ein Wort ist von Gott oder vielmehr die Thora und das Evangelium und die Psalter von Dawud, dass es auf jeden Fall heilige Bücher sind. Wir glauben an alle heiligen Bücher im Allgemeinen. Aber wir Muslime glauben, dass diese Bücher, dass dort Menschenwort mit reingekommen ist und dass die verfälscht worden sind. Teilweise. Also wir glauben an das, was mit Islam übereinstimmt und das, was dem Islam widerspricht. Glauben wir nicht dran. Der Prophet, die Bibel sagt, Glauben sie, denkt ihr etwa, dass sie euch, damit sind die Juden gemeint, euch Glauben schenken werden, wo ein Teil von ihnen die Schrift schon gehört hat und verstanden hat und danach wissentlich verdreht hat. In Surah 2, Vers 79 sagt er, Weh, die ihnen das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, das ist von Allah, um damit einen geringen Preis zu kaufen. Und der Prophet Mohammed und in einem Hadith in Sahih al-Bukhari, Buch 9, Hadith 461, wird das also genau auf die Bibel bezogen. Durch den Prophet Mohammed. Wenn man die Bibel selber liest, Jeremia 8, Vers 8, da steht, was Jeremia geschrieben haben soll bezüglich des Heiligen Buches, denkt ihr, ihr seid weise oder denkt ihr, ihr habt die Weisheit bei euch um das Gesetz? Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist natürlich vom Allmächtengott. Er sagt, der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Deswegen scheint die Bibel die Aussage des Korans in diesem Fall auch zu bestätigen. Jetzt kommen wir mal zum ersten Vorwurf, den wir gerne hören oder den wir oft hören. Das ist der Vorwurf und das ist immer so diese hinterhältige Methode. Man kommt zum Beispiel zu einem Muslim, der wenig anerwartet vom Islam, der gerne lieber Cha-Cha-Cha tanzen will und sich einen trinken will und so weiter. Und man sagt, guck mal, ist alles schwer, die Religion. Dann sagt man, hör mal, deine Religion kann nicht richtig sein, weil im Islam die Frau, die Tochter erbt die Hälfte vom Bruder. Das kann doch nicht richtig sein. Da fragt man sich nur, was wird derjenige sagen, wenn wir laut Bibel, Nummer 27, Vers 8, Alte Testament, sagen zu den Israeliten, wenn jemand ohne Söhne stirbt, dass er dann seinen Erbesitz auf die Tochter übertragen soll. dass die Tochter nichts erbt, wenn ein Bruder da ist. Und in 36, Vers 6, numerisch steht dann, wenn sie einen Bruder hat, wenn sie keinen Bruder hat und sie kriegt den Erbesitz, dass sie dann nicht außerhalb des Stammes heiraten darf, damit der Erbesitz ihres Vaters nicht auf einen anderen Stamm übergeht. Ich sage das nicht, nicht, dass man das falsch, um die Bibel zu widerlegen oder zu beleidigen oder irgendetwas, im Gegenteil. Das ist überhaupt nicht meine Methode. Diese Tür mit Erbrecht und so habe ich nie aufgemacht. Diese Tür ist aufgemacht worden von missionarischen Gruppen. Deswegen kommen wir natürlich dagegen. Weil mein Argument für die Richtigkeit des Islam ist nicht das Erbrecht und nicht Kopftuch und nicht irgendwas anderes. Das sind ganz andere Dinge, da drehen sich um Trinität und andere Themen. Nur was sagt man dann? Und jetzt natürlich könnte jemand sagen, ja okay, Bibel sagt auch so ähnlich, aber was ist mit dem alten Testament, was ist mit dem neuen Testament? Da sagen wir immer zu, Matthäus 5, Vers 17, Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu verändern, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen und kein einziges Gesetz wird dich ändern. Punkt. Wenn man daran glaubt, ja, so jetzt, sagt vielleicht trotzdem jemand, ja, aber ich finde es trotzdem unfair, wie kann Gott das machen? Und dann sagen wir, bevor man eine Sache beurteilt, sollte man hinter die Kulissen schauen. Der Mann, wenn er geheiratet hat, er hat das Doppelte vom Erbe bekommen, er muss Brautgabe bezahlen für seine Braut. Seine Tochter, seine Schwester wird Brautgabe bekommen, muss keine Brautgabe bezahlen. Der Mann muss dieses Erbe, was er hat, wenn er heiratet, er muss das Haus und die Wohnung einrichten für die Frau. Die Frau muss keinen einzigen Cent ausgeben für die Einrichtung des Hauses oder der Wohnung. Der Mann muss die Frau versorgen. Die Frau muss den Mann überhaupt nicht versorgen. Der Mann muss für seine Mutter sorgen. Die Frau muss nicht für ihre Mutter sorgen, die dann vielleicht alleine ist. Der Mann, wenn er sich scheiden lässt, muss er die Frau weiter versorgen, die er geschieden hat. Das ist Islam. Dieses Gesetz ist im letzten Jahrhundert in europäischen Ländern gekommen, dass wenn jemand seine Frau scheidet, dass er sie dann weiter versorgen muss. Subhanallah. Modern, oder? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Und deswegen, das heißt, die volle finanzielle, die alle finanziellen pflichten liegen liegen auf den Schultern des Mannes liegen auf den Schultern des Mannes und deswegen ist es nur fair, dass er auch von dem Erbe mehr bekommt. Deswegen muss man etwas weiter gucken. Und, was ist mit der Frau, was muss die Frau mit ihrem Besitz, den sie haben darf, übrigens, wie ich schon gesagt habe, was Besitz angeht, dieses Gesetz im 18. Jahrhundert, im Jahre 1800 noch was, in England wurde erst mal Besitzrecht gegeben. Jetzt rede ich nicht von der Bibel, ich rede einfach nur von den Fakten, von den historischen Fakten. Jetzt, sie hat Besitzrecht, sie hat geerbt, sie muss, oder sie hat ein anderes Geld, sie arbeitet, weil Arbeit ist nicht verboten im Islam für die Frau. Das wollte ich auch kurz erwähnt haben, komme ich nachher noch inshallah drauf. Sie muss von diesem Geld nichts, nichts, keinen Cent abgeben für ihren Mann oder für den Haushalt. Das heißt, die Frau, die muslimische Schwestern, hier, die können getrost sagen, das was mir ist, das ist mir und das was ihm ist, das ist auch mir. Ja? So sieht die Sache aus. Dann der nächste Punkt, der kommt, der nächste Punkt, der oft erwähnt wird, ist, das Zeugnis der Frau, das Zeugnis der Frau ist die Hälfte wert von der Zeugnis des Mannes. Erstmal, die Aussage ist verkehrt. Das Zeugnis der Frau ist die Hälfte wert von dem Zeugnis des Mannes. Das ist verkehrt. In einigen Fällen braucht man zwei weibliche Zeugen und einen männlichen Zeugen. Oder ein männlicher Zeuge, anstatt einen männlichen Zeugen soll man zwei weibliche Zeugen nehmen. Was, erstmal, ist das gar kein Nachteil, sonst nimmt der Frau die Verantwortung und nimmt den Druck von der Frau weg. Als zweites, als zweites, ist es verkehrt, denn das gilt nur für spezielle Fälle. Nicht für alle Fälle. Beispielsweise in Suche 24 lesen wir, wenn jemand eine Frau beschuldigt, das ist wie der Islam die Ehre, die Würde der Frau schützt, wenn jemand eine Frau beschuldigt, Unzucht begangen zu haben, dann muss er vier Zeugen bringen. Vier Zeugen. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er 80 Peitschen lieber. Das heißt, guck, wie ihm angedroht wird, nur die Frau das Schlechte zu sagen. Er muss vier Zeugen bringen. Dann, wenn der Mann zu Hause reinkommt und er erwischt die Frau beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Was ist dann? Das heißt, im ewigen Fall muss der, also das Zeugnis der Frau, der Mann, der sie beschuldigt, muss noch vier Zeugen bringen und jetzt haben wir, der Mann sieht die Frau. Was passiert? Der Mann muss vor dem Gerücht gehen und dann muss er für einmal über Allah schwören, dass er die Wahrheit sagt und beim fünften Mal, dass der Fluch Gottes auf ihn ist, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Dann, die Frau muss dasselbe auch machen und dann sind sie geschieden, sie dürfen nicht mehr zusammenbleiben. Aber das heißt, hier ist das Zeugnis der Frau genauso viel wert wie das Zeugnis des Mannes. Und bei dem anderen sogar im Prinzip mehr wert als das Zeugnis. Er muss vier Zeugen noch dazu bringen. Jetzt gucken wir zum Beispiel mal die Bibel. Wie gesagt, ich will das nur als Beispiel bringen, damit man eine Diskussionsgrundlage hat, die rittisch um Trinität und so, nicht um diesen Sachen kommt. In Deuteronium 22, da lesen wir, dass dort steht, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und er findet raus, dass sie keine Jungfrau war, das heißt, es blutet nichts beim ersten Geschlechtsverkehr, dann kommt dann nachher, wenn sich keine Beweise für die Unschuld der Frau finden, dann soll sie vor ihr Vaterhaus geführt werden und soll vor der Gemeinde gesteinigt werden. Das heißt, hier ist es so, Deuteronium 22, dass die Frau beweisen muss, dass sie unschuldig ist, nicht andersrum, er muss beweisen, dass sie schuldig ist. Und wir wissen ja auch, dass es auch sein kann, dass etwas nicht blutet, zum Beispiel vorher durch einen Unfall und so weiter und so fort. Was will ich Ihnen jetzt sagen? Wie gesagt, es ist nicht, um die Bibel auseinanderzunehmen, es geht darum. Und auch wir Muslime sollen das nicht falsch verstehen, weil es kann sein, dass Gott das damals herabgesandt hat aus irgendeiner Weisheit. Dass man das versteht. Ich will damit nur sagen, wie kommt es, dass du zu mir kommst und sagst, die Frau erbt nur die Hälfte und bei dir, das Zeugnis der Frau ist nur die Hälfte von dem Zeugnis des Mannes und bei dir ist es gar nichts wert. In diesem Fall. Dass sie Beweise bringen muss für ihre Unschuld, was ja eigentlich sehr schwer zu erscheinen mag. Dann haben wir einen anderen Fall, beispielsweise, wenn der Mann die Frau beschuldigt, ja, der Mann beschuldigt die Frau, dass sie, er ist eifersüchtig, ja, hier steht also in Numeri, das ist das vierte Buch Moses, Kapitel 5, da steht also, wenn der also eifersüchtig ist, der Geist der Eifersucht über ihn gekommen ist und er hat Verdacht geschöpft hinsichtlich der Treue seiner Frau. Verdacht. Er hat Verdacht geschöpft. Ja, nicht er hat die gesehen. Er hat Verdacht geschöpft, dann soll er zu dem Priester gehen und er soll ein Zehntel Eva-Gerstenmehl nehmen und kein Öl darauf gießen, noch duftendes Harz und dann soll er, ähm, dann soll er Wasser nehmen, etwas vom heiligen Wasser und soll Staub vom Boden nehmen, das Wasser mit dem Staub vermischen, ja, und das Haupthaar der Frau lösen. Das Haupthaar der Frau lösen, das scheint ein Hinweis zu sein auf das Kopftuch, ja, und dann soll die Frau das trinken, er soll einen Schwur darüber reden, über dieses Wasser, dass wenn die Frau, äh, wenn die wirklich, äh, Unzucht begangen hat, dass dann ihr, dass dann ihr Magen, ihr Bauch aufquellt und ihre Hüfte zerfällt, ja, nur was man finden muss ist, dass der Mann in diesem Fall, der seine Frau ja beschuldigt hat, am Ende gar keine, gar keine Strafe kriegt und die Frau, obwohl sie vielleicht gar nichts gemacht hat, dieses eklige Wasser mit dem Staub trinken muss, ja, das ist wie gesagt in, 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 äh, vierte Buch Moses, fünf, also Nummeri fünf, Vers drei, Vers elf bis einundreißig, ja, das ist die, die ganze Geschichte für den, der es nachschlagen will, so dann, das nur zu dem, das nur zu dem, das nur zu dem, zu dem, äh, zu diesem Fall, jetzt kommen wir zum nächsten Fall, ähm, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, und das wird, kommt, wird es auch einer der Schlager, dass er die Hölle gesehen hat und es waren mehr Frauen in der Hölle als Männer. Ho, was? Jetzt ist der Islam widerlegt. Er hat mehr Frauen in der Hölle gesehen als Männer, Masha Allah. Das soll ein Argument gegen den Islam sein. Erstmal, unter Menschen gibt es Mann und Frau, ja, Femini, Maskuli, oder haben wir Neutrum gibt es auch noch, oder Neutrum gibt es nicht, ja, das heißt, wir haben Männer und Frauen, jeder hat ein Endziel, Paradies, Paradies oder Hölle. so, jetzt sagt der Prophet, er hat mehr Frauen in der Hölle gesehen als Männer. Was heißt das? Ich komme in eine Klasse rein und ich sage, in der Klasse gibt es mehr Jungen als Mädchen. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, es gibt 29 Jungs und ein Mädchen. Aber es kann auch bedeuten, es gibt 16 Jungs und 14 Mädchen. Das heißt, das bedeutet gar nichts. Aber was wird man dann sagen, was wird man dann sagen, wenn man Offenbarungen 14 Vers 4 liest, liest, ja, wo steht, dass 144.000 Menschen ins Paradies eingehen werden. 144.000. Viele sagen, das ist nur eine Beispielzahl, das sind viel mehr. Zeugen Jehovas nehmen das wörtlich, sie sagen, das sind die, die im Himmel sind, die anderen sind auf der Erde. 144.000 und dann steht, und dann steht, welche Kriterien haben diejenigen, die das sind? Welche Kriterien? Dann steht, sie sind es, die sich nicht mit Weibern befleckt haben, sie sind jungfräulich. Sie sind es, das heißt, laut diesem Vers, verstehe ich das so, dass es sich ihr Männer nur dreht. Das ist ihre Kategorie. Diese Geschichte und einige, einige Bibel, sagen wir mal, Spezialisten, die jetzt nicht strenge Christen sind, die haben gesagt, dass dieser Vers wahrscheinlich nachher von Mönchen in die Bibel reingebracht worden ist. So, wenn ich das so sehe, okay, kein Problem. Das wollte ich nur mal so kurz, erstens, die Aussage alleine, dass mehr Frauen in der Hölle sind als Männer vom Islam, nützt sowieso gar nichts, weil es kann sowohl so, theoretisch, wir hätten zwei Wege, entweder mehr Männer oder mehr Frauen und der Prophet berichtet nur, was im Endeffekt passieren wird. Denn jede Frau und jeder Mann hat die Möglichkeit ins Paradies zu kommen, nur wie wird am Ende die Relation sein. So, dann nächster Punkt, Kopftuch. Wenn man heute vom Kopftuch hört, wenn man heute vom Kopftuch hört und subhanallah, ich habe gestern noch, gestern noch mit deiner Frau darüber gesprochen, ja, die Frauen in da und da und hin und her und Kopftuch und die sind ja unterdrückt. Wer hat dir das erzählt? Hast du schon mal mit, hier sind genügend muslimische Frauen, frag sie doch mal, ob sie unterdrückt sind, ob sie sich jetzt jeden Tag am Heulen sind, ich muss das Kopftuch tragen, frag sie doch mal. Das heißt, das hast du im Fernsehen gehört. Als allererst, wir haben eben schon gesagt, deine Wahrnehmung, die musst du erst mal streichen. Dann fragen sich aber viele Muslime, das Problem ist mittlerweile, das ist so durch die Medien verbreitet worden, ja, dass das viele Menschen schon wirklich im Kopf drin haben, dieses Bild. Viele Muslime denken jetzt, oder sogenannte Muslime denken jetzt schon so. Deswegen müssen wir auch Gehirn, wir und unsere Aufgabe ist es, Gehirnwäsche anzuwenden. Denn die Medien, die verschmutzen das Gehirn der Menschen und wir müssen das wieder sauber waschen. Hier, woher kommt dieser Gedanke? Lest den Koran, Surah 33, Vers 59, hat überhaupt nichts mit Unterdrückung zu tun. Dort steht, ja, ey, du Prophet, sag zu deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen sich über sich ziehen. Dies gewährleistet er, dass sie erkannt werden und nicht belästigt werden. Das ist das Ziel. Das ist ein Schutz der Frau. Dass sie erkannt wird, als was erkannt wird. Viele Leute sagen vielleicht, ja, die Frau wird erkannt, aber dann fällt sie doch mehr auf mit Kopfdruck in dieser Gesellschaft. Es gibt Blicke und Blicke. Zum Beispiel, wenn man eine Nonne sieht, die übrigens auch ihr Kopf bedeckt, man sieht die Nonne, ist eher ein ungewöhnliches Bild, weil die meisten Frauen sind immer keine Nonnen, da wird man vielleicht gucken, ach, eine Nonne, was hat sie für eine Tracht an und so weiter. Und die muslimische Frau genau dasselbe. Was hat die für Klamotten an, Kopftuch, wo kommt die her, Türkei, Afghanistan, Tschetschenien, Sudan. Aber dieser Blick ist anders als der Blick, wenn die Frau ankommt mit Hot Heels und Hot Pans, also mit High Heels und Hot Pans. Der Blick der Frau, die dann die Nonne, die vorbeikommt, da guckt man vielleicht, ach ja, jetzt hat die Verkleidung an und bei der Muslimin auch, wo kommt die her, Sudan, Türkei, aber der Blick bei der Frau, die anguckt, die mit High Heels und Hot Pans kommt, ist so. Das ist ein anderer Blick. Ganz klar. Und was ist der Sinn der ganzen Sache? Der Sinn der ganzen Sache ist ganz einfach. Ein Bruder hat erzählt, vor einigen Jahren, mittlerweile die Hetzkampagne gegen die Muslime ist ja so weitergegangen, dass es mittlerweile anders wahrgenommen wird. Willst du kurz wechseln? Dass es mittlerweile anders wahrgenommen wird. Er ist Muslim geworden, seine Frau hat ein Kopftuch angezogen und er kam in eine Bahn rein, also in ein öffentliches Verkehrsmittel und da ist jemand aufgestanden und hat seine Frau, hat er den Platz angeboten, weil er hat gedacht, das ist eine Nonne. Weil wir, und es geht mir auch so, dass man irgendwie Respekt hat davor. Das ist eine Frau, kreische Frau, da hat sich etwas Heiliges angesehen. Und das ist genau der Respekt, den die Muslimin damit zeigt. Es kommt kein Mensch auf die Idee, zum Beispiel, der irgendwie in die Disco geht und der ist darauf aus, eine Frau kennenzulernen, anzulabern, für uneheliche Geschlecht Beziehung, da kommt keiner auf die Idee, nur Nonnen anzusprechen, oder? Oder meinst du, da kommt einer auf die Idee, die Nonnen anzusprechen, zu sagen, ja, können wir uns nicht mal treffen und so, da kommt doch keiner auf die Idee. Und genau so ist es mit der Muslimin auch, die damit zeigt, hallo, ich bin nicht zu haben, ich bin nur zu haben, für Heirat, wenn du mich heiraten willst, musst du mit meinem Vater reden und so weiter und so fort. Das ist das Ziel. Das ist eines der Ziele, die dahinter stecken. Wie gesagt, über das Thema Kopfstuch habe ich schon intensiver gesprochen. Dann, so, der nächste Punkt, Zwangsehe. Ich habe eben schon erwähnt, ich erwähne es nochmal, damit es auch hängen bleibt, Islam verbietet die Zwangsehe. Es kam eine Frau zum Propheten, Salah As-Salaam, und hat gesagt, dass sie gezwungen worden ist, einen Mann zu heiraten und der Prophet annulliert die Ehe. Macht die Ehe ungültig. Befreit die Frau aus dieser Situation. Und deswegen an alle Muslime, weil ich weiß, dass es Zwangsehe gibt. Kopftuchzwang, Kopftuchzwang für die Nicht-Muslime, die hier sind, ist ein Konstrukt der Medien. Das kommt vielleicht einmal in eine Million Fälle vor, aber die meisten Frauen, es ist genau andersherum, sie werden gezwungen, kein Kopftuch zu tragen, von der Gesellschaft. Wenn sie arbeiten gehen wollen, wird gesagt, du musst das Kopf da aussehen, wenn sie in die Schule gehen, wird Druck gemacht, es ist zumindest in Deutschland so, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, ich glaube, in Österreich ist die Situation besser. Und sogar von zu Hause kriegen sie Druck, das Kopf rauszuziehen. Das ist ein Quatsch. Aber was Zwangsheirat angeht, so ist es eine Tatsache, die unter Muslimen häufig vorkommt. Nicht wie gestern die Frau, die gesagt hat, 90% der Frauen in der Türkei werden zwangverheiratet. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine Sache, die vorkommt. Und hier sage ich zu jedem Muslim, du sollst dir den Propheten Salah Asaim als Vorbild nehmen und den Islam richtig praktizieren und deine Tochter nicht mit irgendjemandem verheiraten, den sie nicht heiraten will. Denn alles, was man gegen die Religion macht, wird den Segen vom Allmächtigen Gott wegnehmen. Und du wirst dich sündig machen, du wirst deine Tochter unglücklich machen. So, nächster Punkt. Wie gesagt, es wird verboten, der Prophet Salah Asaim sagt, ganz eindeutsig, Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, er darf das nicht machen, wenn sie das nicht will. Sinngemäß. So dann. Dann gucken wir mal Zwangsheirat, was im Ding steht, in der Bibel dazu. Da habe ich zum Beispiel Deuteronium 25, Vers 9 gefunden. Da ist Zwangsheirat sogar Pflicht. Aber nicht für die Frau, sondern für den Mann. Da steht, wenn ein Mann gestorben ist, ja, ein Mann ist gestorben, dann muss sein Bruder die Frau heiraten von ihm. Ja, also du bist Karl-Heinz, du hast einen Bruder, der heißt Maximilian, du stirbst, deine Frau muss dann deinen Bruder Maximilian heiraten. Da steht, und wenn er es nicht machen will, dieser Bruder will die nicht heiraten, dann soll die Frau ihn rausführen, also darauf soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten, also die Männer versammeln diesen Mann dann, und dann soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten und ihm die Sandale vom Fuß runternehmen und ihm ins Gesicht spucken. Dann Deuteronium 22, hier muss ich darauf aufmerksam machen, hier muss ich darauf aufmerksam machen, das ist jetzt eine Sache, die Übersetzungsschwierigkeiten macht. Man muss wissen, es werden manchmal Sachen komisch übersetzt. Deuteronium 22, Vers 28. Da ich verschiedene Übersetzungen, und ich weiß, es gibt manchmal verschiedene Übersetzungen, und ich kann da mal ein Beispiel geben, ich habe zum Beispiel in Lukas 14, Vers 26, ich lese das mal kurz vor, was es da alles gibt. Du findest hier in der Übersetzung von den Zeugen Jehovas, die teilweise sehr wörtlich ist und sehr schwer zu verstehen ist, im Gegensatz zu der Einheitsübersetzung von den Katholiken. Die schreiben hier, das ist in Lukas 14, Vers 25, Lukas 14, Vers 26. Ich will nur mal kurz ein Beispiel bringen, wie eine Übersetzung die ganze Sache auseinandernehmen kann. Da steht, 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst, hasst, irgendetwas lieber, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, ja selbst seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein. Das steht hier, das ist hier in Lukas 14, Vers 26. Dann finden wir hier in dieser protestantischen Übersetzung, das ist jetzt hier für den Sportler, aber es ist vom Protestanten übersetzt worden, da findet man den selben Vers, Lukas 14, Vers 26, nicht hasst, sondern wir finden hier, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere in seinem Leben, wichtiger als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das, das Leben selbst. Also ganz, der Sinn der Sache, der Wortlaut der Sache ganz anders entschuldigt. So, der nächste Punkt, Zwangsehe. Ich habe eben schon erwähnt, ich erwähne es nochmal, damit es auch hängen bleibt, Islam verbietet die Zwangsehe. Es kam eine Frau zum Propheten, und hat gesagt, dass sie gezwungen worden ist, einen Mann zu heiraten, und der Prophet annulliert die Ehe, macht die Ehe ungültig, befreit die Frau aus dieser Situation. Und deswegen an alle Muslime, weil ich weiß, dass es Zwangsehe gibt, Kopftuchzwang, Kopftuchzwang, Kopftuchzwang für die, für die Nicht-Muslime, die hier sind, ist ein Konstrukt der Medien. Das kommt vielleicht einmal, in eine Million Fälle vor, aber die meisten Frauen, es ist genau andersherum, sie werden gezwungen, kein Kopftuch zu tragen, von der Gesellschaft. Wenn sie arbeiten gehen wollen, wird gesagt, du musst das Kopf da ausziehen, wenn sie in die Schule gehen, wird Druck gemacht, das ist zumindest in Deutschland so, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, ich glaube, in Österreich ist die Situation besser. Und sogar von zu Hause kriegen sie Druck, das Kopf rauszuziehen. Es ist ein Quatsch. Aber was Zwangsheirat angeht, so ist es eine Tatsache, die unter Muslimen häufig vorkommt. Nicht wie gestern die Frau, die gesagt hat, 90% der Frauen in der Türkei werden zwangverheiratet. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine Sache, die vorkommt. Und hier sage ich zu jedem Muslim, du sollst dir den Propheten, Salah Al-Azim, als Vorbild nehmen. Und den Islam richtig praktizieren. Und deine Tochter, nicht mit irgendjemandem verheiraten, den sie nicht heiraten will. Denn alles, was man gegen die Religion macht, wird den Segen vom allmächtigen Gott wegnehmen. Und du wirst dich sündig machen, du wirst deine Tochter unglücklich machen. So, nächster Punkt. Wie gesagt, es wird verboten, der Prophet Zasem sagt ganz eindeutig, wenn jemand seine Tochter verheiraten will, er darf das nicht machen, wenn sie das nicht will. Sinngemäß. So dann. Dann gucken wir mal Zwangsehe, was im Ding steht, in der Bibel dazu. Da habe ich zum Beispiel Deuteronium 25, Vers 9 gefunden. Da ist Zwangsehe sogar Pflicht. Aber nicht für die Frau, sondern für den Mann. Da steht, wenn ein Mann gestorben ist, ja, ein Mann ist gestorben, dann muss sein Bruder die Frau heiraten von ihm. Ja, also du bist Karl-Heinz, du hast einen Bruder, der heißt Maximilian, du stirbst, deine Frau muss dann deinen Bruder Maximilian heiraten. Da steht, und wenn er es nicht machen will, dieser Bruder will die nicht heiraten, dann soll die Frau ihn rausführen, also darauf soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten, also die Männer versammeln diesen Mann dann und dann soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten und ihm die Sandale vom Fuß runternehmen und ihm ins Gesicht spucken. Ja, dann Deuteronium 22, hier muss ich drauf aufmerksam machen, hier muss ich drauf aufmerksam machen, das ist jetzt eine Sache, die Übersetzungsschwierigkeiten macht. Man muss wissen, es werden manchmal Sachen komisch übersetzt, Deuteronium 22, Vers 28, da ich verschiedene Übersetzungen und ich weiß, es gibt manchmal verschiedene Übersetzungen, ich kann da mal, ich kann da mal ein Beispiel geben, ja, ich habe zum Beispiel in Lukas 14, Vers 26, ja, ich lese das mal kurz vor, was es da alles gibt. Du findest hier in der Übersetzung von den Zeugen Jehovas, ja, die teilweise sehr wörtlich ist und sehr schwer zu verstehen ist, im Gegensatz zu der Einheitsübersetzung von den Katholiken. Die schreiben hier, das ist in Lukas 14, Vers 25, Lukas 14, Vers 26, wenn ihr, ich will nur mal kurz ein Beispiel bringen, wie eine Übersetzung die ganze Sache auseinandernehmen kann, ja, da steht, 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst, hasst, irgendein Verliebe, hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, ja, selbst seine eigene Seele, so kann er nicht mein Jünger sein, ja, das steht hier, das ist hier in Lukas 14, Vers 26, dann finden wir hier in dieser protestantischen Übersetzung, das ist jetzt hier, ich glaube, es ist vom Protestanten übersetzt worden, da findet man den selben Vers, Lukas 14, Vers 26, nicht hasst, sondern wir finden hier, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere in seinem Leben, wichtiger als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja, wichtiger als das Leben selbst, also ganz der Sinn der Sache, der Wortlaut der Sache ganz anders entstellt. Dann, in der katholischen Bibel findest du, wenn er nicht verabscheut, findest du da, findest du also 14, Vers 26, viele Menschen begleiten ihn, wenn jemand zu mir kommt, nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern ja sogar sein eigenes Leben gering achtet, so kann er nicht mehr ein Jünger sein. Was ist jetzt die richtige Übersetzung? also drei verschiedene Sachen. Jetzt findest du aber hier eine Fußnote bei den Protestanten unten, hier, wörtlich, wer nicht seine Eltern hasst. Also das ist die wörtliche Übersetzung, also wie die Zeugen Jehovas Aber hier ist die und die Zeugen Jehovas Vielen Dank.